Wenn Maräne nicht die Zuhälter-Story des Jahrhunderts macht, dann geht der alte Stachli ins Kloster. Das ist ja ne geile Tante, Mann. Mein Freund Jack ist ein sehr reicher Mann. Ein schwer reicher Zuhälter, meinst du wohl? Als geübter Frauenkenner ist er von deinen Reizen so fasziniert, dass er gerne mal eine Nacht mit dir verbringen möchte. Er würde sich das Vergnügen 100.000 Mark kosten lassen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich ein totaler Charme, Herr Friedrich. Der Busch da unten, der kann für mich nicht groß genug sein. Oh, komm Mensch, das Land dein, mit dem du da verheiratet bist. Drück doch bei dir mit Sicherheit nicht die richtigen Knöpfe. Und wenn, dann wirst du nach fünf Minuten bewusst wieder runter. Oh, komm, hör auf, hör auf. Du kennst euch die soliden Typen zur Genühe. Quatsch mich nie wieder. So wiegt die Tage, ja? Quatsch mich nie wieder wegen Kohle an, wenn ich mit den Cheffreunden in Gespräch bin. Die haben mich reingelegt. Die Schlagzeile, die Bilder, das ist alles... Schleppchen, Chef. Okay. Nee, lauf mal. So was macht man, um Schatz, die wegblicken können. Die Schlagzeile, die hackt, die wegblicken können. Und wenn, dann kommt, Before-Tank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.